Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming Herzlich Willkommen, Episode 23 von Road to Commander, Raid wieder Abschluss bestätigt, letzte Runde war 21-1, ich will mal 22 sagen, war aber 21-1, also auch kein Schmutz, richtig ausgerastet gerade alle zusammen Und wollen wir nochmal gucken, ob wir das jetzt nochmal hinkriegen können Ey Mark, wer ist der Kultzieher? Nicht Das tu nicht Nein Mann, ey, mein Team ist so unfähig, der liegt da oben auf dem Boden und kann mich nicht verteidigen Ich fühl, ey, das ist so ein Mongo-Empflicht, wenn wir hier dringend an, so die anderen, weil ich früher nicht lange, als ich mitten im Spiel war, schiebt das jetzt ganz dran hier Ne Drohne, näher sich Das ging nicht, ja Jetzt brauchen wir einen Flip, Leute, falls jemand interessiert Konter Drohne, näher Ich habe den Typ mit der Arm ausgekillt Da kommt Nein, von hinten kam da einer Verdammt, Drohne ist am Start Drohne steht bereit Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs Drohne nähert sich Abschuss bestätigt Hunter-Killer-Drohne eingesetzt Verbündete Konter-Drohne nähert sich Oh mein Gott Nein, was will Abschuss bestätigt Ich habe einen verorbert Sauer Ach, Armbrust trefft mich, fick deine Eltern Entschuldigung Äh, ich meine Glückwunsch im Leben Abschuss verwehrt Noch eine Drohne Abschuss bestätigt Drohne steht bereit Ich bin nicht, wie die mich immer killen können, man Ich schieße dies nur Oh nein Der kommt da schießen in die Ecke, Alter Hellstorm-Rakete unterwegs Ich habe übrigens ein Facebook-Kreis-Media Eins vor Orbital Jetzt hat der Paz-Paz und der Spiegel-Number-One gemacht Das sind Freunde von Elvis, den Paz-Paz kennt ihr ja Und die Das war den Boah, das ist eigentlich scheiße Sorry, jetzt habe ich scheiße geworden Was los? Was? Doch, na klar Wieso, was ist da los? Ja, der Paz-Paz hat eigentlich das gemacht, die Facebook-Seite so eins vor Orbital Aber er wollte anonym bleiben, also das Feindlicher Tarnhelikopter unterwegs Ja, ich kann es da zensieren oder da stumm stellen Wenn du willst Das ist kein Problem Das ist kein Problem Voll easy, Junge Ja, das spiel ich auch immer Ja, der Paz-Paz Ja, der Paz Ja, der Paz-Paz Die Drohne herzlichen Sie sind leer Ahhh Abschuss bestätigt Und ich habe einen Orbital zu sehen Oder Ja! Das ist ein Satellit Ist Online Ist auch mein Herr Für die Leute, die ich supporten wollen Einmal Dronen Ich habe direkt gleich meine nächste Drohne Ey, man kriegt das echt so ratzfatz, ey. Feinde haben die Drohne zerstört. Ach, da ist ein gegnerischer Kran hier oben. Ich denke, das ist noch kurz nicht da und nicht reinzerstört. Ach, ist vom Gegner. Abschuss bestätigt. Echt? Ja, ist hier. Drohne steht bereit. Ich denke schon, wenn er auf was schießt. Drohne nährt. Ha, so was ich mal nicht. Verbündete Hunter Killer Drohne eingesetzt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abfasst Orbital. Abschuss verwehrt. Ja, man, Orbital. Nein, man, wer blockt mich denn da? Ach, man. Fuck. Egal. Shit. Das war wieder kurz vor Beatle. Ja, wir haben uns gegenseitig geblockt. Ja, ja. Last Job. Abschuss verwehrt. Ich hab nicht geblockt. Platz. Okay, dann ist er gut. Abschuss bestätigt. Verdammt, das war in der Tat relativ freudig. Ich hab mit einer Drohne gerade in zwei Sekunden 50 Punkte gemacht, weil es 50 Punkte ist. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Und für die Leute, die zu straffen, wie für 10 Punkte, wenn jemand für eine Drohne assist bekommt. Man kriegt viel mehr, das sind glaube ich 20 Punkte. Aber da steht halt 10 Punkte. Ja, genau. Also. Die meisten Spielsuche. Ja. Also, da habt ihr's gehört. Drohne, Konterdrohne, Orbital geht fett ab. Alex hat Punkte geschissen. Die Sau. Und ich hatte eine 27-12-Runde. 27 bestätigt. 3 verwehrt. Passt. Level 29. Mit der Shotgun größtenteils. Hoffe euch hat's gefallen. Daumen hoch. Wenn das so war. Und. Noch irgendwas zu sagen? Gibt's noch irgendwas? Auf die Füße. Auf die Füße. Bis zur nächsten Folge. Okay, alles klar. Haut rein. Bis zur nächsten Folge.